Nordkorea hat zu Testzwecken Raketen von einem U-Boot aus abgefeuert. Laut Pyongyang wurden mit den Waffen die vorgesehenen Ziele im Ostmeer getroffen. Das geschah kurz vor dem Beginn von Militärübungen Südkoreas und der Vereinigten Staaten an diesem Montag. Dabei handelt es sich um die umfangreichsten gemeinsamen Manöver der beiden Länder seit fünf Jahren. Die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur berichtete von einem Beschluss der Führung in Pyongyang, Maßnahmen für den so wörtlich offensiven Einsatz von Kriegsabschreckungsmitteln zu ergreifen.